Wie haben Sie davon erfahren? Wie haben Sie davon erfahren, was hier in Berlin passiert ist? Wie haben Sie davon gesprochen, was hier in Berlin passiert ist? Nein, wir haben uns nicht abstattet. Hey! Woher weißt du denn, dass er nichts gemacht hat? Woher weg ist das denn? Hallo! Hallo! Wenn man den Polizisten beleidigt, dann hat man halt... Wollen Sie wieder ein Quas? Vielleicht sollte man die Polizei mal respektieren. Ich hab Ihre Personal. Machen Sie einen Ding Scheiße, merken Sie wieder ein. Und die Polizisten weißt Autoritäten anerkennen. In die Richtung. In die Richtung. Und nicht die Polizisten anrissen. Ohohoho! Ohoho! 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 Der ist kein Polizist! Natürlich ist er ein Polizist! Und wenn er sagt, er sollt sich benehmen, dann benehmt er an sich gefälligst. Ja, okay, Politiker! Hey! Können wir Politiker werden, Alter! Können wir ein Fördermeister werden! Ja toll, Opfer! Sonst gibt's euch Danke, ne? Danke, ne? Bitte was? Bitte was? Wenn du das hier Scheiße findest, dann gehen wir woanders hin! Ich rede nicht! Halt meine Schnauze nicht! Kann nicht angehen! Hat jemand gesagt, dass es nicht richtig ist? Oder dass es nicht wahr ist? Ja, was? Warum geht's doch gar nicht? Weil irgend so ein Scheiß, höchstwahrscheinlich scheiß Moslem das gemacht hat in unserem Land? Das war ja kein Moslem! Was war das? Das war ja kein Moslem! Wenn man die Moslem war, weiß ich, was? Wenn du kein Rassist, Alter! Wenn du kein Rassist! Wenn du keine Hau unter! Urklohn! Wenn man die Moslem war, weiß ich, was? Das war in Polen, man! Der hört doch nicht hin! Hör ich jetzt hier, was? Wenn du nicht hin? Hör ich aus. Soll ich jetzt nicht hin? Ich bin hier, jetzt ohne Rassistik. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020